Hallo, hier ist Jörg von myDoc365 und heute geht es um das Thema Ist das jetzt Spiel oder ist das schon ernst? Wenn dir das Thema gefällt, dann freuen wir uns riesig über einen Daumen hoch und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal. Ja, ist das jetzt Spiel oder ist es ernst? Wir als Hundetrainer stellen häufig fest, dass Hundehalter Situationen eher als Spiel definieren, als dass es bereits schon als ernst erkannt wird. Das wird darum häufig übersehen, weil meistens schnelle Bewegungen dabei sind. Einer der Hunde vielleicht Spaß hat, aber eben der zweite nicht. Und das ist bereits schon ein ganz wichtiges Kriterium von Spiel. Wenn es etwas ist, was wir Spiel nennen, dann sind alle Beteiligten gut drauf. Es ist freiwillig, jeder macht gerne mit und will sich nicht permanent zurückziehen oder will fliehen. Spiel bedeutet also, dass es eine Wohlfühlatmosphäre da ist und ein offensichtliches Wohlgefühl bei den Hunden erkennbar ist. Dazu kommen noch andere Merkmale, wie zum Beispiel das Spielgesicht, das besonders weit aufgerissene Maul, wenn zugebissen wird, übertriebene Körperbewegung, auch ein Rollentausch oder ein Selbsthandicap, zum Beispiel, dass man beginnt, sich unter einen anderen Hund runterzuschieben, sich selbst auf den Rücken legt, um dann wieder aufzuspringen. Schnelle Wechsel und generell kann alles, was im richtigen Leben so als Verhalten gezeigt wird, zum Beispiel Jagen, Kämpfen, Fliehen, Sexualverhalten, all das kann auch spielerisch gezeigt werden. Darin wird dieser Ernstbezug, der wird dann geübt, aber es ist nichts Ernstes, sondern es ist halt, wie gesagt, Spiel. Sobald jetzt aber ein Hund anfängt, sich unwohl zu fühlen, immer wieder die Begegnung meidet des anderen Hundes, Zuflucht sucht bei seinem eigenen Menschen, dann ist das wahrscheinlich schon der Übergang dahin, dass es jetzt ernst wird und das bedeutet, dass ein Hund sich nicht wohlfühlt und das Spiel damit zu Ende ist. So, das war's für heute. Tschüss, dann Jörg. Jörg.